So Leute, was geht ab? Heute habe ich mich verabredet zum Abendessen auf extremer Gönnerbasis. Ihr müsst euch unbedingt mal reinziehen, was wir uns hier an den Start gegönnt haben. Es ist echt eine extrem heftige Nummer. So Leute, wir haben uns hier einen Super Baby Delfin sponsern lassen von einer Firma, die sich darauf spezialisiert hat, solche Fische zu fangen. Der ist extrem selten und noch nie sowas gegessen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das hier schmeckt. Also meine Freunde, wir braten hier ein bisschen die ersten Stücke an. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr schmackhaft aus, muss ich sagen. Ich habe richtig Kohldamm. Gönner Lifestyle auf diesen Abend, Freunde. Nice, Alter. Boah, ist so schick. Schmeckt ein bisschen nussig irgendwie, gell? Komplett anderer Geschmack. Wahnsinn. Ja, man ist echt krass geil, man. Das habe ich noch nie probiert. Heftig. Das habe ich noch nie probiert.